hallo und herzlich willkommen zu einem neuen folge smash wir sagen mit dem hier dem dark master ja mit dem loser hier auch hallo von meiner seite aus halt ich kann auf türen springen du nicht er hat ich auch nein doch konnte ich hab ne truhe ja und macht die beißt die mich nein da waren raketenwerfer drin ja ja lücker ich glaube sie ist wenn ich die raketen zu spüren bekommen ok da keine raketenwerfer drin da war ein pokéball drin ja toll ich hab auch ein ich bin hier jetzt gerade die karten pokémon haben mir pikachu ausgewählt oh junge wo bist du hier wirklich kratzen klar was kürzen ja ich wollte ich jetzt auch so leck ja ich wollte gerade hin und her geportet er ging aber übrigens daneben okay wir nicht auf die keks auf die keks voll gut deutsch ja und ja was kann man beim ei raus gar nichts ist klar da war ein raketenwerfer echt 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 hast du krass erstört ich weiß dass ein gast darf dich erst abgesehen hat nein ja da ist gar kein gast auch scheiße doch ich muss weg ich muss hier weg das kam raus weiß ich kann gucken er geht zurück und finde es heraus du sponni und monster ex frage ich mich auch ich hab dir auf 10 eingestellt echt ich habe nur eingefunden ich drei zwei jetzt schon bist du weg von mir 3 erfolgt mich gar nicht ich weiß dass du unten stehst dass du da oben stand ja und ich hab kein schaden bekommen zurückgegangen bin und wie viel hast du bekommen durch den one hit volltreffer war ich nicht so ein ganz großer volltreffer aber ok echt nicht echt nicht echt hochwertig es ruckert mehr ich hab's gekillt hochwertig hochwertig und die drücke ist ja am aus es wäre aber auch so wie die drücken kaputt das war ein weiteres doch noch nicht mehr kaputt bei ihr das macht warum machst du mit den schaden mit einer kackfurt er ja muss mich kurz abkühlen warum fliegt der Raketenwerfer weil ich weiß wo die Raketenwerfer sind echt? ich auch scheiße ich bin ja weil der mit daneben der ging so weit daneben da muss ich doch nein ja der ersprung ging daneben da muss ich doch jeder so schämen vor dem Sprung eben ja was kann ich da für mein Double Chamber Charging ja oh da ist ein Loch in der Map nicht nur in der Map noch ich hab's gespürt wieso fließt der eigentlich Lava? weil wir den Vulkan zersprengt haben von der Seite du stirbst gleich ich nicht doch durch Lava stirbt man ich mein aber du hast zerstört und ich brenne nur und hab 108 HP ja weiss komm mal her du stirbst in Lava ich weiß mit voller Absicht ich weiß auch wo ich weiß ein Spawner wo die ganzen Raketenwerfer sporen ja ich auch du weiss und du weißt alle bestimmt ja ich gehe weg von mir boah geh jetzt weg von mir das ist schau gewesen hättest du mich auch abgehalten aber das tust du ja nicht boah geh mich auf den Keks das tust du looo ich bin tot ja hab ich gewählt los Pikachu wollen in die Lava oh Enderman ich guck mich an ich bin aber näher dran egal der greift mich nicht an Pilsuppe aber wo ist meine Suppe geh mal die auf den Keks aber ohne oh man macht so viel 10-20 damage weil ich schneller klicke als du ich hab einen besseren Ping abgesehen davon ich klicke die ganze scheiß Zeit ich hab besseren Ping ich klicke schneller als du hier schreit egal du dein Ping nein ich bin grad drunter geflogen ja du hast mich abgeschüttet du hast mich von einem Raketen werfer sporen punkt untergeschossen das war die reife für die eben zig gestorbene neuer raketen werfer sporen punkte entdeckt und und daneben weil es sehr schenke ich dir der geht die jetzt auf den Keks nachher weil ich sich geschlagen habe das ist das geschafft Peter auf den Keks gehen dir du gehst mir auf den Keks dann scheiß dreckigen Raketen weil man boah die ist mir auch du hast krass ein Stammfall gemacht ne ne die macht schade von mir und dann sofort nach unten fällst geh weg von mir ich bringe die Lava jetzt jetzt ich bin in der Lava gestorben nein was oh ich dachte ich sterbe schon wieder what the fuck ich glitsche glitsche okay da gibt sie keinen mehr präger nein ich bin grad wieder gestorben oh du bist ohne gefallen dich unten im Feuerschand tschüss 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 wo ich bin Aua direkter Treffer no doch bin tot bin runtergefallen ich hab dieses ganze scheiß gebäude hier weggerissen mit meinem Raketenwerfer von unten boah dieser scheiß double schon wenn ich lagen ja ich bin grad gestorben ich hab noch einen punkt gefunden vielleicht hab ich den schon längst gefunden da ey wo bist du jetzt gespawnt was sollte das jetzt juuu ich schaffs nicht mehr du hast grad selbst gekillt nein doch feinlich ja oh 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 ich bin grad auf dem vulkan gespawnt über der Lava was war jetzt was denn bist gestorben weil ich runtergeflogen wird festlich mit absicht nein und was habe ich runtergestoßen weg ich frage mich grad wo du bist ich glaube da was was war was was da wo ich bin die brücke ist wieder regeneriert was denkst du denn braucht es zehn stunden bis die wieder ganzes geil gas der verreckt weil die so günstig geworfen hast ich bin unsichtbar ich bin jetzt nicht ehrlich gestorben aus dummheit wieder weil wir die leute dummheit ist ansteckend ja ja wo wirst du ich bin kraft im markt es ruckelt oh ja danke ich hab's gemerkt ich hab's gespürt da war ich die ganze zeit dann habt ihr den gas gegeben vom anderen app ja mal die noch mal kurz wo ich will auch mal party leader sein wie kann man sich das kaufen auf schottpunkt jetzt muss ich vorher registrieren ja mit deinem minecraft account ja ich dachte die laber fließt immer noch ja ich weiß nicht regeneriert komplett back up ja ich hab's gemerkt klar warte ich noch nicht richtig jetzt ja ich bin gleich schon ab das kippe das kippe verletzte runde ja die ich bleibe auch noch schaust da wo bist du ja hier wo ich bin da muss roo dauer ich hab die brücke zersprengt du kannst auch nichts anderes doch ich kann dein lieblings spawnpoint so dieser scheiß creep muss man weggehen ich weiß wo du immer noch bist natürlich mach bumm mach bumm mach bumm scheiß creep super aus ach ach du warst du bist du bist du bist geläftet bin ich geläftet bin ich geläftet ich hab es ne bessere idee komm jetzt wieder auf 0 4 ok oder mal kurz ich muss erst in meinen optionen noch umstellen optionen steuerung jetzt muss ich um ändern war im hast du party gemacht ja ich weiß ich weiß ja ich bin da Tempel? Nein. Du hast eine Antwort. Da lässt sich sofort. Ich erinnere die Karte, keine Angst. Nein. Ich weiß, dass du die nicht magst. Ich erinnere die auch. Ach, es geht schon los. Oh, ne, ich dachte, es hättest. Okay, die... Ich mach jetzt mal die Pokébelle raus. Ich seh nichts. Ach, da schau ein anderes Item rein. Wo ist denn die Map? Ich seh keine. Ach, oh. Oh, please. Kannst du mir nichts abbauen? Aber ich unter dir. Ich kann unter dir was abbauen. Wie ist das, was ich kann? Was denn? Willst du dir auch was abbauen? Oh. Komm. Komm, ich bin hier. Okay, wir machen wir eine Runde diesmal ohne Faust, okay? Okay. Komplett ohne Faust. Wenn du keine Waffen hast. Ja. Ohne Grab, ohne Faust. Der Tasch noch bin ich im Auto runter? Gleich. Wie viel hast du Raketenwerfer eingestellt? 20. Ey, wo bist du? Wo bist du? Du, ich seh dich nicht. Nein. Da bin ich. Oha. Oh, ich hab dir direkt Trafer gegeben. Besser runtergeflogen, ne? Oh. Ich bin auf dem Dach. Meiner. Meiner. Ich hab gesagt, ohne Grab. Ne, ohne Faust. Wir kommen jetzt nicht mal weg. Doch, zum Glück haben wir hier die Wand weggesprengt. Junge, Let's Playboy, komm jetzt eine Runde ohne Grab. Ich kann nicht springen. Let's Playboy, jetzt komm eine Runde ohne Grab. Und scheiß da. Alles da. Uh. Uh. Voll auf die Map geschlossen. Ja, hab mich noch getroffen. Oh, der ist grad explodiert. Was? Mich noch getroffen. Hat mich noch getroffen. Yeah. Ich sag immer, wie geil. Machst du? Ich repariere die Map, my God. Ey, danke dir, kann ich die Map nicht mehr reparieren. Let's Playboy. Ja, ohne dass du mir den Schein bekommen hast, den Punkt. Ja, ich hab endlich mal mehr Leben als Let's Playboy. Wow. Ja, so gut. Aber das hat auch noch gut. Aber das hat alle Items, der Schreckplatte eben gerade weggesprägt. Ja, ich kann die Map nicht mehr generieren. Gut. mehr Items, der Schreckplatte wieder. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja. Ich komm gleich. Ha. Du bist nicht gestorben. Nein. Oh. Der war gut. Loll. Loll. Doppel-schoppen-Charge. Ja, der war heftig. Ja, der war heftig. Ja, der war heftig. Ich kann's halt. Irgendwann. Oh, es ruckelt. Bitte reparieren so schnell wie möglich die Map. Loll. Was war das gerade? Hier die Map zu reparieren. Warte. Dann mach das. Ich hoch aufs Dach. Ich warte so lang. Okay. Ich falle dir einfach wie ein Stein und du fliegst so anders. Jo, nicht grab. Ich hab grad einen Weg rausgemacht, falls wir rausfallen. Ich hab nichts gemacht. Oh, du hast 200. Oh, 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 oh. Wo bist du? In Hot. Klar. Ja, ich kann die Map regenerieren. Mit Generation. Ich wollte grad reparieren. Ah, hab ich doch schon längst. Ah, jetzt zurück. Ach, geh weg mit einer vergangenen Faust. Ich kann die Map reparieren. Ich kann auch die nur mit. Ich auch. Und? Ich bin schon wieder oben auf dem Dach. Ja. Oh, leck mich. Danke fürs Hochschießen. Danke, dass ich noch lebe. Danke, dass du jetzt endlich auf bist mit deinem scheiß Gram. Ja. Und Autsch. Du hast 180, 188 HP. Und ich lebe... Was? Ich bin an Höhe gestorben. Dann wurde es gekickt. Okay, damit beende ich die Folge heute. Ich mach mal kurz weg auch. Und schau. Bis zum nächsten Mal. Mal. Mal.